Guckt es euch an hier. Da liegt da drin der Weihnachtsbaum und gleich wird er aufgebaut. Debbie! Morgen Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer warm ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stufe glänzen, um die großen Lichter zart. Schöner aus, halbrohen Tänzen, eingeputzte Kronensart. Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, wie's am Weihnachtsabend war? Wir haben den schönsten Weihnachtsbaum von der Welt. Toll! Und so? Boah, wie schief jetzt die Kerze da oben ist. Das ist die Spitze. Ja, ist doch Spitze, Mensch. Genau so habe ich den mir vorgestellt. Schön. Und so viel am Winter.